So, also, wie geht's weiter? Training, würde ich sagen, haben wir eigentlich beendet. Ich soll die Lootbox aufmachen, hat Verbalus gerade gesagt. Ich wusste ja nicht, ob ich das darf, weil das ist ja nicht mein Account hier, ja? Das ist ja ein geliehener Account. Dann schauen wir mal, was in so einer Lootbox drin ist. Hui! Aha, was bist du? Ah, das ist ein anderer Skin. Cool. Ein Spray, ein Spieler-Icon und noch ein Spray. Hat er jetzt alles bekommen? Safran. Symmetra. Schaut doch ziemlich cool aus. Ui, für Symmetra hatte ich noch nix. Ja, siehste, jetzt hast du was für die. Wir spielen jetzt mal. Ich probiere das jetzt mal aus. Ähm, Arcade. Neue Spielmodi, neue Regeln, neue Karten. Nur in der Arcade. Rangliste. Alle Gruppenmitglieder müssen mindestens auf Stufe 25 sein. Du hast noch nicht viel gespielt, oder? Verbalus. Ähm, oder Spielbrowser. Finde ein perfektes Match oder mach dir einfach eins. Spiele ein schnelles Match gegen Spieler vergleichbaren Könnens. Schauen wir mal. Nicht so viel. Hat's dir nicht so gefallen? Verbalus oder was? Eher wegen der Zeit. Oder hast du's erst neu? Das kann ja auch sein, gell? Das... Wenn du's neu hast, so... Wie ich dann vielleicht? Bei Level 5 wohl eher nicht. Aber ich kann nicht reden. Ich bin noch Level 1. Und heute Abend, auch wenn ich jetzt damit spiele, bin ich heute Abend, wenn ich mir mein Spiel hole, auch erst mal wieder auf Level 1. Hallo, Tukau. Und Mu. Okay, Mu. Doch, aber meine Internetverbindung lässt das nicht immer zu. Oh. Ach, scheiße. Das ist ja blöd. Oh, Mann. Ich hab mir noch ein Latte Macchiato gemacht. Ich mein, die Wartezeiten sind ja doch relativ lang. Ja, ich spiel das erste Mal Overwatch. Steht auch im Titel. Das ist nämlich... Das wurde sich gewünscht für das 1000-Follower-Special. Okay. Ja, soll ich wieder die Sombra nehmen? Welche war denn die, die du jetzt bekommen hast? Hm. Ich nehm noch mal die. Ich probier die noch mal aus. Hast du nicht gesehen? Macht ja nix. Kannst du ja auch übersehen. Kann man ja auch mal übersehen. Man kann alles hacken. Okay. Richtige Menschen. Oh, ich hab mich aus Versehen unsichtbar gemacht. Kann ich das wieder wegmachen? Ich mach das automatisch, weil ich halt laufen will. Wenn ich laufen will... ...drück ich da drauf. Aber schau mal, wie langsam die sonst ist. Die wird viel schneller, wenn sie unsichtbar... Oh. Wo sind die denn jetzt alle hin? Wieso sind die alle da rein? Aha. Woher scheinen die denn? Von? Von da? Oh, was macht denn... Okay. Ach, ich kann auch den Helden wechseln. Okay. Heilige... Ich muss wieder ganz vorne anfangen. Oh nein. Merkst du gleich, ja? Scheiße. Hä, wo ist denn der? Ist der hinter der Wand? Okay. Jetzt ist er da. Soll das so sein? Das ist, weil sie schnell stirbt. Es gibt vor dem Start immer Linien auf dem Boden, die dir zeigen, wer wo ist. Die Roten sind Gegner und Blau, aber auch nur bevor es startet. Ja, das habe ich mir gedacht, aber da kam halt keiner. Deswegen wusste ich nicht, von welcher Richtung. Ich glaube, ich spiele das Spiel falsch. Juhu, ich habe einen gekillt. Ich muss mich kurz heilen. Okay. Okay. Okay, also das Spiel hat eine kleine Eingewöhnungszeit, aber dann macht es Spaß. Wenn die rot bzw. schemenhaft zu sehen sind, sind sie immer hinter Gebäuden. Habe ich mir jetzt auch gedacht. Ich habe es nur erst nicht kapiert. Oh, die ist so langsam. Ich glaube, ich wechsle mal gleich einen auf einen anderen. Oh Gott. Hast du noch einen Akku? Oder fängst du gerade an? Das ist mein einziger. Äh, warte, Helden wechseln. Äh, da war irgendwas mit... Äh, ihr habt mir da was empfohlen vorhin. Eine, die ganz schnell ist. Wie hieß die? War das die? Sogar mit dem Skin? Der wahre Feind des Menschen ist das Chaos. Okay. Äh, wenn du beim Laufen kurz Schiff drückst und sie unsichtbar ist, läuft sie schneller. Was ist das denn? Nee, ich glaube, die gefällt mir nicht. Tracer. Die schießen aber gut, alle. Tracer. Ich werde meine Fehler wieder gut machen. Die sieht aber blöd aus. Und die nervt. Aber ich konnte sie ein bisschen besser spielen. Ich habe fünf Sekunden länger überlebt. Ah. Ja, ich wusste nicht, dass die alle so krass andere Fähigkeiten haben. Ich habe gedacht, das funktioniert dann auch bei der mit dem, äh, mit dem Shift. Tracer ist einer der fünf schwersten Helden, die es gibt. Ihr werdet überrannt, würde ich mal sagen. Ja. Tracer ist einer der fünf schwersten. Ja, okay, die sollte ich dann nicht spielen. Highlight des Spiels. Ja, der war richtig gut, der Typ. Der ist abgegangen, also. B-B-Snick. B-B-Snick. Vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Äh, nein, 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 nein. Mit denen spiele ich nicht nochmal. Die waren so schlecht. Äh, hab mit Tracer damals angefangen. Ne. Ähm. Scheiße. Ich trainiere nochmal ganz kurz. Ne, nicht im Tutorial. Im Trainingsbereich. B-Snick reicht. Okay. Kann man ja machen. Ja, kann man machen, klar. Muss man nicht, aber kann man. Ich schaue mir nochmal die hier an. Ich spiele, um zu gewinnen. Huster eingeschaltet. Tolle Energie. Also, die kann auch fliegen, so ein bisschen. Das ist halt schon cool. Und springen. Und hui. Die T-T-Smartrex aktiviert. Was kann die noch so? Das ist auch cool. Ähm. Ah, und das wäre dieser Schild, den der andere Heini auch hatte, ne? Das sind meine Leute. Ähm. Ist halt nur schwer, ja. Also, ich weiß nicht, ob ich die... Achso, ich muss nochmal hier rein. Hui. Also, entweder die... Die hat sowas Shoot'em-up-mäßiges. Die schaut einfach cool aus. Ähm. Oder ich probier's nochmal mit der hier. Das war jetzt schon ein krasser Unterschied. Erst mit den Bots und dann so. Wie war das? Was soll ich? Ähm. Da wird sie aber auch unsichtbar. Uweb, 7604. Danke für den Follow. Dankeschön. Weil schau mal, wenn ich so mache, dann wird sie ja auch unsichtbar. Also, auch wenn ich nur kurz drauf drücke. Tja. Vielleicht hatte ich Pech. Vielleicht war das Team einfach so krass gut. Okay, wir gehen hier nochmal raus und wagen uns nochmal in einen Kampf. Was so ist. Versuchen wir es. Vielleicht muss ich da, wie bei Hearthstone, mal gucken, was für Anfänger geeignet ist. Ach, das erinnert mich an früher, als ich angefangen habe. Okay, also ist das normal, dass man am Anfang erstmal überhaupt keinen Plan hat? Gut. Ich hab schon gedacht, ich stell mich besonders blöd an. Ey, was ist denn das für ein Spiel? Du rennst da hin und dann schießt er dich tot. Und du denkst dir nur so, WTF? Was geht jetzt ab? Wieso bin ich jetzt tot? Ich war doch noch nicht mal da. Am Anfang würde ich immer Soldier 76 empfehlen. Ich wollte halt jemanden, der cool aussieht. Beim Warten stöbern. Können wir uns da ein bisschen umschauen? Können wir uns die Heldengalerie anschauen? Wo ist denn dieser Soldier? Das ist der hier, gell? Der Typ. Gibt's den auch als Frau? Warum? Warum ist der gut für den Anfang? Aha. Der ist aber irgendwie lustig. Fast ein Ja. Also im Grunde musst du entweder einen Punkt einnehmen, Wagen schieben oder verteidigen. Ja, das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. Ich habe nur nicht verstanden, wieso die anderen alle so gut sind. Und ich noch nicht mal richtig da bin, nach dem Team mich wegschießen. Aber das ist wahrscheinlich einfach Übungssache, nehme ich mal an. Ja, ich kann auch den nehmen. Dauert es immer so lange, ein Match zu finden? Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Dann probiere ich es mal mit dem. Du kannst auch Übungsmatches gegen Bots machen mit anderen Spielern im Team. Das habe ich vorhin schon gemacht, wer war los? Hast du wieder nicht aufgepasst? Aber das war gar nicht so einfach, da noch viel zu finden. Und das war irgendwie auch zu leicht, muss ich ehrlich sagen. Und da, ich finde, da lernt man es nicht. Wir müssen gegen, ich muss gegen Menschen spielen. Ich muss echt gegen Menschen spielen. So, was macht er? Ah, da läuft er schnell. Ah, der spielt sich aber auch so, wie ich es irgendwie erwartet habe. Und heilen kann er auch, das ist cool. Die sieht ja cool aus. Dass man da so lange warten muss. Hm, der hat mir zugewunken. Hallo. Ich weiß nicht, wie man winkt. Ich meine ja nur, um die Fähigkeiten der verschiedenen Helden kennenzulernen. Ach so. Ich weiß nicht, ob mir das so auffällt. Ehrlich gesagt. Ist es wichtig, dass ich weiß, was die anderen können? Ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache, ich kriege es hin irgendwie. Oh Gott. Also, im Grunde genommen ist es wie Quake oder Unreal Tournament oder so, ne? Darf ich da nicht reingehen? Ach so, da kam von hinten der Arsch. Hey, da ist sie ja wieder. Ja, da bin ich wieder. Und diesmal geht auch das Internet. Ganz stabil. Ich bin sehr glücklich. Guck mal, da hat jemand Hallo geschrieben. Guck mal, da hat jemand Hallo geschrieben. Ja. Was? Ähm. Ach, den Schuss muss ich nicht einzeln schießen? Ah, okay. Ist aber nicht nett. Ach komm. Ich muss viel mehr ausweichen. Ein bisschen mehr vielleicht auch rumspringen, ne? Ja, ein bisschen mehr rumspringen. Der Krieg geht weiter. Okay. Aber das... Also, der spielt sich eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß, wieso der für Anfänger geeignet ist. Ich hab mich verlaufen. Scheiße. Wo war das jetzt? Ach, hier. Sehr gut. Oh. 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 Oh, von da oben. Wie gemein. Muss ich mir das immer anschauen? Naja. Egal. Pass auf, gleich kommt der ums Eck. Verliere ich denn eigentlich auch Punkte, wenn ich getötet werde? Oder ist das erstmal wurscht? Also, ich muss das viel schneller spielen. Ich spiel viel zu langsam. Äh. Ja. Ich denke, so würden wir das dann machen. Verlaufen. Selbst in dem Game. Ich kann mich immer verlaufen. Dass wir das dann mit dem Discord machen. Ich denke schon. Ich denke, das ist, äh... Am schlauesten. Kann man eigentlich auch die Gegner bestimmen? Weil dann könnten wir in einer großen Gruppe spielen. Oder sind die Gegner immer zufällig? Aber wir können halt eine Gruppe bilden, sozusagen. Das ist das, was ich einnehmen muss hier, oder? Ach, der hat so einen fiesen Strahl. Ja, man kann Partys bilden. Aber auch gegnerische Partys? Das ist eigentlich egal. Es ist darum, den Punkt einzunehmen. Hallo, Kaylan. Jetzt aber. Hier. Die Gegner sind zufällig, aber eine Gruppe geht. Okay. Was ist das denn? Ich bin da! Ah, Verlängerung. Hui, hui, hui. Scheiße, was mache ich, dass die mich nicht immer gleich killen? Das ist echt... Das ist doch furchtbar. Man kann eigene Games machen über den Server-Browser. Und dann nur Freunde einladen. Ja. Man kann auch die Gegner bestimmen in einem Custom-Match. Ah! Ja, weil wenn genügend Leute zusammenkommen, dann könnten wir ja auch das feststellen. Also, in einer Riesengruppe spielen, sozusagen. Discord geht halt aber natürlich dann nur mit der Gruppe, in der ich bin. Die anderen müssen halt über einen anderen Discord dann reingehen. Also, bei mir auf dem Discord, da könnt ihr jetzt schon draufgehen. Das ist einfach Ausrufezeichen Discord. Da kann halt die eine Gruppe dann in den einen Sprachchat und die andere Gruppe in den anderen. Das geht. Ja, schauen wir halt, wie viele zusammenkommen, würde ich sagen. Ich will nicht nochmal mit denen spielen. Ich suche mir eine andere Gruppe. Das ist scheiße, wenn alle so... Ich weiß... Also, ich weiß auch nicht. Ich spiele so mal mit einer anderen Gruppe. Ich will das einfach ausprobieren. Ich nehme jetzt nochmal den Soldier. Man kann auch einfach die Anzahl runterstellen. Ja. Was ist denn das Mindeste? 4-4? 3-3? Blöderweise bin ich da nicht mehr zu hoch. Ach, total schade. Wer war los? Aber vielleicht können wir am Wochenende nochmal irgendwann eins machen. Ist ja nur dieses Wochenende kostenlos. Ich bin nicht der Nikolaus. Den spiele ich zu Weihnachten dann mal. Man kann auch 2-2 spielen. Das macht dann aber auch keinen Spaß. Ab 4 geht's, ja. Also, dass wir 8 zusammenbekommen, könnte ich mir schon vorstellen. Zumindest, wenn die heute Abend auch alle um 8 Zeit haben. Denn es hatten sich schon einige gemeldet, dass sie da mitspielen wollen. Das könnten wir schon hinbekommen. Und eigentlich spricht man sich dann so richtig ab. Oder wie? Du gehst jetzt da hin und keine Ahnung. Das sieht ja lustig aus hier. Also, das ist zum Heilen. Was macht der Schuss? Das habe ich noch nicht raus. Das schießt ganz normal. Hier kann ich schnell laufen. Ah, das sind einfach so Bomben. Also, nicht Bomben. Wie heißt denn das? Zeit zu handeln. Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich weiß, was es ist. Äh, wenn wir 6 sind, kann man auch so spielen. Man kann auch 2-6 spielen. Naja, empfinde ich nicht so. Aber hey, da ist jeder speziell. Wie viel Erfahrung hast du in Overwatch? Oh, ist das eine schöne... Verschneite. Map. Ich stotter hier rum. Ah, das ist ja richtig schön. Borra, der Coole. Vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön, Borra, der Coole. Können wir da durchschießen? Ne. Also, nicht so sehr immer drauf. Auch mal wieder weg. Wieder hinschießen. Ich denke mal, so ist es... Äh, geht's noch? Ich war super verwirrt. Habt ihr das gemerkt? Super verwirrt. Ne Menge, okay. Oh Gott. Ach, okay. Der mit seinem Scheiß-Schild. Der kommt mir so krass überstark vor. Warum geht da was auf? Ich glaube, campen ist es hier eigentlich nicht, oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Camp-Spiel ist. Ich camp hier rum. Wer hat das gesagt? Ah, ich habe einen Assist bekommen. Was ist denn eine Sphäre der Zwietracht? Uh, und jetzt? Ach so. Toll. 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 Was war das? Das hat es gerade richtig rübergezogen. Oh. Da hätte ich jetzt nicht so reinrennen sollen. F steht für Feuer, das wütend und lodert. Steht für... Was? U steht für... Unfairn Kampf. Kampf steht für nukleares Waffenarsenal. Was? U. Ach, N. Dacca. 147. Vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Ich hätte nicht auf den Punkt schießen sollen, nehme ich mal an. Ich hatte gedacht, das ist mit angreifen gemeint, dass ich auf den Punkt schießen soll. Ah, Gott. Komm her, lass dich stabilisieren. Und das, obwohl ich in meinem Heilkreis drin stand, ne? Ei, 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 ei. Okay. Ah, so. Noch bin ich nicht tot. Ja, noch bin ich nicht tot. Noch. Aber die Map talkt mir gerade voll. Die ist so schön. Richtig verschneit. Was macht der da für eine krasse Scheiße? Der wird immer... Und dann bin ich tot. Der hat da irgend so ein komisches heiliges Licht gehabt. Sag mal, kriegt man bessere Sachen, wenn man länger spielt? Hm. Äh, wo ist denn B? Ah, da. Hier bin ich auch noch nicht durchgelaufen. Ich glaube, ich bin falsch. Oder? Hä? Die Tür kann ich wahrscheinlich gar nicht. Hey, du, warte mal. Ich habe mich verlaufen. Scheiße, das gibt es doch nicht. Da lang? Nein, alle haben das Gleiche. Okay. Wohin? Da rein? Ja! Hier, das war der richtige... Ich schaffe es in jedem Spiel, mich zu verlaufen. Was ist hier passiert? Ah, ich weiß, wie es ist. Ich kann nicht das Wasser außerhalb. oh man also du triffst aus übungen mehr deine ult ist ready ja ich check nur nicht was die macht ehrlich gesagt deswegen habe ich sie nichts noch nicht eingesetzt ich treffe aus erfahrung mehr okay schauen wir mal bis jetzt bin ich mir nicht so sicher ob das mein spiel ist muss ich ehrlich deswegen ich habe ja gesagt von anfang an deswegen wollte ich mir nie kaufen weil ich mir nie sicher war es ist mein spiel kommt mir ein drache es gibt doch die chance dass die leute schon in ak haben und sich jetzt noch ein machen und deshalb so gut sind also ich schieße und dann trifft es einfach die ganzen gegner wenn ich meine ultra einsätze oder ich muss dann nicht zielen gar nicht so gar nicht so ungeil ja ja bei solcher genau das habe ich gesehen dass die anderen was anderes hatten wo steht denn da gerade wer eigentlich in führung ist weil wir haben jetzt noch eine minute 43 aber ich habe keine ahnung wer jetzt in führung ist ich bin ja schon da kacke oh gott jetzt aber steht da auch irgendwo wie viele kills ich hatte also nicht dass ich jetzt scharf drauf bin meinen einen kill anzuschauen aber hier vielleicht ah ja da steht es oh warte mal äh welcher bin ich denn ach da habe ich fünf kills ne das glaube ich bin wahrscheinlich eher fünfmal gestorben oder so ist das nicht leichter das zu verteidigen als es zu beschützen ne ne keine ahnung was das bedeutet die fünf ach das ist dein level oder weil klumpus du hast ja level fünf hier steht es vier eliminierungen schaden aber es ist alles oder jetzt gerade das ist jetzt die frage halt ne oh verloren wie schreibt man denn ähm so bad soldier danke das war mein erstes mal und wieso habe ich eigentlich caps an manche leute sind echt gemein im internet ja ja im internet wo ja jeder nett zueinander ist sonst ich suche mir glaube ich nochmal eine andere gruppe vielleicht auch eine andere obwohl nie mit dem soldier das war schon ganz gut schau mal der chat ist oft toxisch deswegen wollte ich ihn eigentlich mal ausgeschaltet haben kann man das ausschalten besonders bei spielern die ab 18 spielen die ab 18 sind und dann kids mit zwölf ins mikro schreien ja genau und deswegen habe ich auch auf twitter geschrieben dass mein es hat es wurde sich halt so viel gewünscht dass dass ich doch mal overwatch ausprobieren soll und ich habe halt auch gesagt dass ich es gern spiel gern mal spielen würde eben um zu gucken ob es gut ist wo habe ich denn ich habe ein bisschen verschüttet und will es gerade wegwischen ähm und genau und dann hieß es halt ich könnte das doch zu meinem 1000 follower special machen auf twitch und dann habe ich gesagt gut ist ja jetzt eh kostenlos gerade dann machen wir das doch so dann kann ich es ausprobieren und wir können es zusammen spielen mango chaffee vielen dank für deinen follow mango chaffee und es geht auch nicht mehr weg oder das verhöhnt mich da unten haha so wer es sollte ihr seht das gar nicht weil ich da drüber bin sehr gemein der chat da jetzt steht es da und äh der klumpus war jetzt so lieb mir seinen account für heute zu leihen weil es nämlich erst ab heute abend um acht kostenlos ist und deswegen darf ich über seinen account bis um acht spielen dann wechsle ich rüber auf meinen account und dann machen wir community spieler overwatch lohnt sich aber habe es damals direkt beim release gekauft ja weiß nicht bis jetzt bin ich noch nicht so begeistert muss ich ganz ehrlich sagen ich bin noch sehr unentschlossen gerade was wie ist das kostenlos wie was gleich mal ausprobiert nein um acht erst das ist am anfang auch immer so lange dauern muss wieso läuft denn noch nicht mal die zeit runter oder ah jetzt cool auf dem mond wisst ihr was lustig ist was das spiel gerade bei mir auslöst dass ich mal wieder lust habe auf eine runde counter strike das ist irgendwie falsch aber das ist aber praktisch ich kann mich hinter seinem schild verstecken kann der bitte sein schild mal wieder aufbauen das war gerade sehr praktisch danke aber jetzt kann ich nicht durchschießen wieso kommt man da nicht durch hä kommt hier keiner durch doch oh der hat mich betäubt scheiße hey aber ich habe schon viel länger durchgehalten diesmal wiederbelebt nein ich habe es nicht gesehen ich wusste nicht dass man wiederbelebt werden kann das ist der spawn bereich der gegner ach so ach lustig warum sind wir denn da hingelaufen das ist ja eigentlich gemein mit ordentlichen teammates macht das schon spaß und mit der zeit kämpft man auch die champions alle ah nette attacke ist da nicht gerade einer lang ja sag ich doch stand denn der da so dumm rum hm jetzt kommt irgendwie keiner mehr bei overwatch ist es oft anfangs ein bisschen komisch und verwirrend aber mit der zeit wird es besser okay ich habe ja gesagt kompletter tag also das wird schon irgendwie ich gewöhne mich jetzt schon gerade ein bisschen mehr dran äh wohin ah da lang glaube ich ne ne da lang ah hier hier haben die sich jetzt ver- machen was ist denn der unterschied in der game of the year edition zur normalen ach Mist der da oben noch ist die mission nicht vorbei oh je aber das team war mir sympathischer als das andere irgendwie ich finde den ich finde den tank cool ist das ein tank mit seinem fetten schild immer den finde ich gut hm 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 ah nicht schlecht junior blindschatz deak kibalin was möchte im team bleiben ach als team fortfahren ja okay Drei Eliminierungen. Na, immerhin. Fünf Tode. Todesstoß. 32% Trefferquote. Oh Gott. Ja, Yoshi, es geht. Das Internet ist jetzt nicht mehr mein Feind. Es ist jetzt wieder mein Freund. Es ist jetzt alles gut. Wir können heute den ganzen, ganzen Tag jetzt spielen. Ich meine, wir haben ja jetzt eh noch viel, viel Zeit. Also um 8 fangen wir mit den Community-Spielen an. Und dann, keine Ahnung, bis 11 oder so. Und jetzt ist es Viertel vor 3. Also. Läuft. Du bringst mich heute noch auf Level 15. Oh. Ist das gut oder schlecht, Klumpus? Ja, ist ein Tank. Ein paar Skins und Zusatzsachen für andere Blizzard-Spiele. Ach so. Na, da zahle ich doch nicht irgendwie. Was war der Unterschied? 20 Euro oder so, oder? Bin ich noch der Soldier? Ja. Nein. Ich bin nicht mehr der Soldier. Scheiße, den hat jemand anders genommen. Dann teste ich sie jetzt einfach mal. Äh, bei Amazon hast du ein Key der Origins Edition für 30 Euro. Also voll in deinem Preis dran. Du bringst mich heute in... Äh, genau. Ja, das wär's eher, aber... Es ist ja so... Was, was... Es muss schon sowas sein, wo ich dann sag, ja, das spielen wir jetzt länger im Stream. Und da gibt's halt grad grad ein paar Spiele, die mich interessieren. Deswegen bin ich halt am überlegen, eben zu sagen, okay, heute spielen wir Overwatch. Ähm, nächsten Freitag spielen wir dann zum Beispiel Heroes of the Storm. Den Freitag drauf, ähm, Guild Wars 2 oder andersrum. Und das, was mir am meisten davon taugt, das würde ich dann erst mal längere Zeit halt spielen. Wisst ihr, wie ich meine, dass wir halt einfach sagen, okay, wir haben neben Hearthstone und, äh, Witcher noch eins. Was halt auch konsequent jetzt läuft. Dass ich nicht so viel, äh, immer die Spiele wechsel. Ich mag die. Oh, wie geil! Die kann ausspringen! Die ist da jetzt rausgesprungen! Oh, cool! F1, stimmt. Das hab ich ja vorhin schon mal geguckt. Fusionskanon. Automatikwaffen mit geringer Reichweite und großer Steuerung. Äh, Streuung. Ultimative Fähigkeit Selbstzerstörung. Lässt dich aus deinem Match steigen und überlebt ihn, sodass er nach kurzer Zeit explodiert. Ultimative Match Anfall. Lässt dich in einen neuen Match steigen. Booster in Blickrichtung Fliegen. Wert frontale Projektilangriffe ab. Mikroraketenfallt eine Salve. Explosive Raketen. Notausstieg. Lässt dich aus deinem Match steigen, wenn er zerstört wird. Cool. Ja, dein Match ist kaputt gegangen. Dann springt sie halt raus. Ja, aber ist doch cool, dass sie das macht. Ich dachte halt, dann ist alles kaputt. Also, dann ist sie halt tot. Dann hat der ja einen viel krasseren Schild als die ganzen anderen, die ich gerade gespielt hab, oder? Wo ist er jetzt? Uh, ich, ich, äh, ich hau mal kurz ab hier. Ja, 600 steht da ja auch. Das gefällt mir. Uh, ich hab das Ding nicht unter Kontrolle. Ich bin verwirrt. Wo bin ich? Kann man das nicht abbrechen? Ich wollt nicht so lange fliegen. Ich wollt nur kurz fliegen. Ich bin gefangen. Kann ich mich auch heilen? Shit. Mir taugt die. Ich bleib bei dir. Wie war das, dass ich mir wieder einen neuen anfordern kann? Guck mal, da schießt einer mit Bomben. Hilfe! Scheiße! Scheiße! Ah! Oh! Wenn du deine Kuh aufgeladen hast, kannst du einen neuen anfordern. Ja, war halt nicht aufgeladen. Besser so, als wenn dir das Teil um die Ohren fliegt. Wenn der Kreis in der Mitte leuchtet, solltest du, wenn Gegner in der Nähe sind, mal auf Kuh drücken. Okay. Die taugt mir aber. Vielleicht bleib ich bei der. Jetzt habe ich auf Kuh gedrückt, aber es war zu spät, glaube ich. Oh, krass. Ich habe nicht geschnallt, dass mich jemand wiederbelebt hat. Da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass es geht. Ich dachte halt, ich bin tot und habe einfach in den Chat geguckt. Und dann habe ich zurückgeguckt und gesehen, scheiße, mich hat jemand wiederbelebt. Das ist doch Pay-to-Win. Das ist Pay-to-Win. Die hat auch ganz coole Sprüche. Ich mag die. Ich bleib bei der. Jetzt erstmal. Da überlebe ich auch ein bisschen länger. Das war aber extrem viel Schaden gerade. Wow. 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 So, jetzt warte ich kurz. Nicht, dass ich wiederbelebt werde. Okay. Hui. Oh. Dass die fliegen kann, finde ich halt auch toll. Das taugt mir. Oh, da gehe ich aber andersrum. Mein Merch ist kaputt. Mein Mech. Mein Mech. Ich kann nicht reden. Ich bin tot. Nee, der ist blöd. Und das ist immer Sentinell. Das ist immer der gleiche. Fab ist da. Vielen Dank für deinen Follow. Fab ist da. Stanke dir. Hm. Gibt es da nicht einen besseren Weg? Nee. Wenn man halt die Map kennt, dann könnte das halt auch helfen, ne? Okay. Wow. Ich hab Q gedrückt. Das war ich, ne? Nee. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt war. Gruftratte. Gruftratte. Vielen Dank für deinen Follow. Gruftratte. Oh Mann. Schnell ein Schluck Tee. String. Was? Stringing J? Stringing J? Vielen Dank für deinen Follow. Mensch. Dankeschön. Stringing J. Gott. Wenn das dann richtig war, wie ich es gesagt habe. Ah. Ich denke mal, viele spielen mit Controller. Da ist es nochmal einfacher. Echt? Mit Controller ist es einfacher? Ich glaube, das kommt ganz darauf an, ob man ein Controller-Spieler ist oder ein Maus- und Tastatur-Spieler. Also ich selber zum Beispiel spiele ja, ähm, brrrr. Aber die neben mir ist auch nicht mit draufgegangen. Krass. Äh, spiele ja eigentlich alles mit, ähm, mit Maus- und Tastatur. Also Controller, nur wenn es nicht anders geht. Oder wenn es wirklich um einiges besser ist. Aber halt Spiele, weiß ich nicht, Shooter, würde ich zum Beispiel freiwillig nie mit einem Controller spielen, weil ich einfach nichts treffe mit Controller. Wie man bei Horizon Zero Dawn schon gesehen hat. Kannst du das vergessen bei mir? Aber ich glaube, ehrlich gesagt, mit der schlage ich mich jetzt, äh, bisher am besten. Aber ich habe das Gefühl, die ist relativ schlecht ohne ihren Mac, ne? McDonalds. Ich warte gerade, dass er sich restort, damit ich wieder da rein kann. Ich bin jetzt so ein bisschen hier auf der Seite deswegen. So, jetzt müsste ich den holen können. Ja. So, langsam blicke ich hier durch. Ah! Chaosfloh, 76! Vielen Dank für deinen Follow! Chaosfloh, 76! Ah! Willst du mich verarschen? Hab mir Overwatch schon auch mal gegönnt. Ach, wie lustig! Hättest du dir aber auch heute Abend holen können? Ich warte auch. Um 8 ist es nämlich kostenlos. Und ich werde jetzt erstmal, äh, kostenlos dann spielen. Highlight des Spiels. Highlight des Spiels. Bei mir kommt das Ganze auf die Art des Spiels an, ob Controller oder nicht. Am PC ist einem besser. Ich warte noch, da man das Wochenende 20 Uhr kostenlos spielen kann. Genau. Was perfekt der Nick, da bei dir Chaos im Spiel herrscht. Ja, es ist... Aber schau mal, Klumpus, wie schön ich für dich level heute. Ist ja eigentlich gut. Achso, ja. Ja, heute keine große Taste dafür, aber eine große Kanne, das zählt doch auch, oder? Und da kann ich es dann in die kleine Taste reinschütten. Große Taste mache ich immer dann, wenn ich keine, keine Kanne mache. Tüchtig, tüchtig. Oh. Schnell nehmen. Wieso ist die nicht standardmäßig ausgewählt? Wenig defensive Helden, keine Heiler. Aber ich bin ja defensiv, ne? Als Tank ist man ja defensiv, denke ich. Und am Ende gibt der Balus an und sagt seinen Freunden, schau mal, wie gut ich gespielt habe. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er da mit angeben kann. Könnte höchstens mit dem Internet an, an, angeben, dass er ja dann heute sozusagen hat, weil er so viel spielen konnte. Das ist aber auch alles. Hier, die Map kenne ich noch gar nicht. Die ist auch ganz schön. Oh. Haben die auch alle eine eigene Geschichte? Oh nein, diesmal sollen wir verteidigen. Äh, okay. Ich greife irgendwie lieber anders zu verteidigen. Hallo, Asmodeus. Ach so, Tank ist kein Verteidiger. Obwohl ich so ein fettes Schild habe. Okay. Was macht denn ein Tank dann eigentlich? Ach ja. Ich habe keine Ahnung. Tank ist ein Kämpfer. Ach so. Wo sind die denn da oben? Da fliegt was. Soll ich hochgehen? Ich weiß nicht. Die sind noch ganz schön weit weg. Ah. Da saust er einmal durch. Oh, das ist meiner. Oh Gott. Auf einmal kommt es von der anderen Seite. Dezent auf die Mütze bekommen. Äh, Tank schützt Team, Verteidiger schützt Punkt. Und dann war ich ja eigentlich richtig gestanden sogar. Da kann sich niemand verstecken. Ein Tank soll aufgefüllt werden. Hm? Die Geschichten der jeweiligen Helden kannst du auf dem Overwatch-Channel nachschauen. Ah. Wieso auf dem Channel? Wieso nicht im Spiel? Ja. Trotzdem weiß ich nicht, was ein Panzer macht. Deswegen habe ich ja gefragt. das war ein Witz. Mensch, Firo. Der hat nicht gezündet bei mir. Ich war gerade viel zu konzentriert. Ich dachte gerade, sowas aufgefüllt. Wo? Aber du meintest dann halt nicht Tank, sondern Tank. Den Tank auffüllen. Ach ja. Soll ich hier verteidigen? Ja. Hey, ich habe doch extra Q gedrückt für die Special-Attacke. Naja, meine Witze sind nicht so. Ja. Passiert. Meine auch nicht. Ich bin immer eher unfreiwillig lustig und wenn ich dann versuche, lustig zu sein, ist das überhaupt nicht witzig. Deswegen versuche ich es nicht mehr. Ja, ich habe inge Geld. Geh weg. Geh doch weg. Kann ich mich irgendwie auffüllen? Ich habe den auch erst beim sechsten Mal lesen verstanden. Das war aber auch nur einmal lustig irgendwie. Wenn es jetzt die ganze Zeit der gleiche Spruch ist, ist das auch nicht so geil. Ah, so betäubt man die. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist eigentlich lustig, dass man immer so sieht, wo die Gegner sind. Ich habe immer noch nicht die Ultra-Fähigkeit gesehen oder wie das heißt, weil ich Q gedrückt habe und dann ist sie ausgestiegen. Hä, wo kommt denn das her? Ah. Hetzer. Oh, hat nicht gereicht. Shit. Nein, nicht runterfallen. Oh, wieder heil. Mann. Vorweg, deshalb steigst du aus. Ach so. Ich muss aussteigen, damit ich... Ach, der macht was. Ah, weiß jemand, was nicht gern gespielt wird. Schaden für sein Team einzustecken. Entforderst davon zu stehen und seine Teamkameraden zu schützen. Ah, okay. Ich bin ja nicht so militärisch, deswegen... Keine Ahnung, was jetzt die genaue Aufgabe dann wäre, sozusagen. Mache ich das oder mache ich das eher nicht? Bin ich eher... Ich bin eigentlich eher immer hinten, ne? Also ich sollte einfach nach vorne gehen. Okay. Dann gehe ich mehr nach vorne. Und stecke Schaden ein. Huiiii! Was sind die denn? Da! Ich hätte sich da so versteckt. Ach, verdammt. Okay. Ey! Wo kommst denn du auf einmal her? Ist auf einmal so ruhig geworden das Spiel. Ach so, die ist dick. Ich dachte, die gehört zu mir. Äh, ich glaube, solange du nicht vorhast, das professionell zu machen kannst, du spielen wie du willst. Ja, stimmt auch wieder. Oder Jungrad, wenn du hinten stehen willst. Ich finde die jetzt eigentlich gar nicht schlecht. So jetzt im Vergleich zu den anderen, die ich jetzt schon getestet habe, taugt mir die ganz gut. Ich krieg schon was zustande hier. Guck mal an. Bin da hochgeflogen. Ganz allein. Puh! Und ganz allein bin ich auch wieder runtergefallen. Mist. Versteckt. Oh Gott! So ein Heil-Ding kurz holen. Okay. Ja. Das war ein Leck. Deswegen ging's nicht. Gewinnen wir dann? Oder haben wir da gewonnen? Oh! Oh! Weil sie es nicht eingenommen haben, oder? Ich glaub schon. Highlight des Spiels ist auch immer lustig. Hallo, Blackie! Okay. Okay. Was bedeutet das? Hä? Was ist das? Ui! Guck mal! Schon wieder ein Level-Up für den Klumpus. Ich hol dir die ganzen, äh... Ich hol dir die ganzen Level-Ups gerade. Äh... Ich hol dir die ganze Zeit wieder. Also, die ganze Zeit wieder.